So, ich sitze jetzt in der Gondel. Auf dem Weg nach oben. 30 Minuten ist mein Run. Die Leute hier geben schon ziemlich Gas. Sieht auf jeden Fall gut aus. Der Streck ist 4,5 Minuten lang. Das ist richtig anstrengend. Ihr werdet jetzt gleich meinen Rennlauf sogar sehen können. Ich habe die Erlaubnis in den Lauf mitzunehmen. Da könnt ihr mal sehen, ob sich da... Kann man sehen, dass der Durchschnittsgeschwindigkeit ein bisschen anders ist wie vom Training. Aber ja, mega nervös. Nikola. 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 weg vor auf's. Oh nein. Oboh! Was? I think it's really bad. Untertitelung. BR 2018 Sollte Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. Es ist ein Wettbewerb! Das war's für heute. Ja, 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 ja. Es ist die Bühne, die aufschritte. Vielen Dank.